Was ist so wichtig, dass ich hochkommen musste? Ich bin im Stress. Darf ich mir schauen? Ja. Es geht um meine Rache. Rache? Du hast mich letzte Woche wunderschön abgekühlt. Räumen, oder? Ja? Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 hast du mich? An deiner Stelle würde ich jetzt ein bisschen abkühlen. 10 ist das meiste. Jetzt möchte ich dich hier ein bisschen aufheizen. Ich hatte das gut gemeint, das habe ich dir wunderbar erklärt. Ja, ich meine es jetzt auch nur gut mit dir bei 40 Grad, dass jetzt diesen Schneeanzug anziehen. Wenn es den Vorschlag kam von Papa Kinguin auf Facebook. Ja, aber da muss ich an meinen Selbstschutz denken, es ist mir zu heiß. Nein, ich lehne ab. Alternative? Wie wäre es mit deinen Haaren? Eine pinke Strähne, blonde Strähne? Gib mir den Schneeanzug. Dankeschön. Bis morgen. 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 Jetzt geschafft. Feierabend. 19 Uhr. Andere trinken ein Feierabendbierchen. Bei mir gibt es ganz dringend ein Wasser für Erfrischung, allerdings das Motto immer locker durch die Hose atmen.